das andere ist wieder weiter den dings event happens kanal und mal gucken wann das unfold ja bis sich das entwickelt na ja jetzt auf geht's gehen wir mal rein hallo zaubertante da war übersehen in dem stuhl ein drog ein wiedererwachter toter so was wie ein zombie nur dass er eben je nachdem magisch oder durch einen mit erleben mit einem bestimmten grund zumeist take part and glorious battle within the mist ok mal sehen wir könnten noch einmal das checken die verschiedenen leute angucken ich kann sie hier die verschiedenen leute angucken den du zu tun hattest junge junge main characters allein diese liste ist ja schon unglaublich lang das ist alles das was ich das sind alles anleitung für als basics alles zutaten kann man alles nachgucken dass der hammer aber gut dass ich die man davon aus das könnte man noch mal hier gucken war ja kiri quiet teilweise meine ich das war genau die hatte ich das andere war mit kiri quiet aber ich weiß wann ich da reingekommen wäre die frage ist ob das dann wirklich einem dann weitergeholfen hätte in dem sinne weil die frage ist findest du da insgesamt zehn gold drin oder fünf gold ein paar gegenstände oder besondere waffe oder rüstung die stärke ist als das was du im moment besitzt je nachdem ok mit der jungen battlefield wollen wir mal sehen die frage ist Hm. There's no time to lose. Silence. Archers. Light your arrows. Dann wagt man Marthos aufs Signal. Ach, das sind die mit ihren Feuergräben. Hm. Boah, ich nehm total wenig Damage. Wenn überhaupt. Oh, ich nehm den Damage, ja. Oh, stimmt, ich kann ja jetzt countern. Stimmt, das hab ich ja ganz vergessen, ich kann countern. Das war einer, der sich erinnert hat, hm? Stimmt. Stimmt. Okay. Stimmt. Okay. Okay. Ja, das... Nach dem Horn kommen die Pfeile. Gut, das kann man sich merken. Okay. Okay. Wow. Hm. Einfach ist es nicht. Vielleicht kann ich auch einfach geradeaus rennen. Es müsste theoretisch funktionieren. Die Pfeile kommen an sich immer hinter mir runter. Die Frage ist dann halt, wo meine Quest mich hinführt so an sich, weil das ist ja dann die andere Sache. Da darf ich dann keine Ahnung haben, wo meine Quest mich tatsächlich hinführt, ob ich dann bin ist oder recht ist. Da muss ich jetzt mal drauf achten. Vor allem, die treffen immer nur eine kleine Ecke. Aber es sieht einfach aus, als wäre es nur geradeaus. Okay, ich scheine kein Problem damit zu haben, wenn ich einfach nur durchlaufe. Sehr interessant. Wer ist denn hier der Commander? Einer von euch? Nein. Hä? Bin ich zu schnell losgelaufen? War da was ein Problem mit dem? Ich weiß nicht. Irgendwo scheint was. Irgendwas schief gegangen. Ähm, das, das, ich weiß nicht. Irgendwie. Irgendwie. Ich denke mal, ich muss den Arrows ausbrechen. Ohne die Arrows ist da, stimmt was nicht. Ohne die Arrows ist da, ich muss den Arrows ausbrechen, ich muss den Arrows ausbrechen, ich muss den Arrows ausbrechen. Ohne die Arrows ist da, ich muss den Arrows ausbrechen, ich muss den Arrows ausbrechen. Ich bin, ich muss den Arrows ausbrechen, ich muss den Arrows ausbrechen. Ja, Herr, sie müssen die Arrows ausbrechen in der Nacht. Die Arrows war klar, die Nacht. Lady Gleifizik scannede es mit der Magik während der Nacht. Ich muss den Arrows ausbrechen, ich muss den Arrows ausbrechen, ich muss den Arrows ausbrechen. I'll finish talking to you, witch, time to win this battle, my lords, to your battles. Oh, die Scheibenpflaster. Oh. Jetzt ist die sauer. Äh, okay. Die beschwört irgendwas ziemlich böses hier drauf, würde ich mal bedrohend sagen. Wie können wir dir helfen, Sabrina? Okay. Ist das? Nein. Okay. 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 dem Ding so schnell wäre. So den General! Mad Lady! Hoppla! Und ich laufe auch noch hin. Okay. War mein Fehler da hinzulaufen, aber gut. So, Defeat the Kremlin's Army's General. Das heißt, ich muss gleich noch gegen... Bist du ein General? Okay. Okay. Entschuldigung! Entschuldigung! So siehst du auch aus. Okay, das Schild hat eigenes Leben. Okay. Shit. Okay. Gut. Das war mein Fehler. Okay.